Mein Name ist Hartmut Sommer. Seit über 25 Jahren betreibe ich mit meiner Frau Romy in Idra eine Praxis für Physiotherapie. Unser spezielles Thema heute soll sein Kopfschmerzen und Migräne. Ca. 8 Millionen Menschen in Deutschland leiden mit Kopfschmerzen und oder Migräne. Darunter auch viele Kinder und Jugendliche. Genau das soll unser Thema sein. Kopfschmerzen und Migräne mit Kindern und Jugendlichen. Für unsere Begriffe ist Kopfschmerz eine Diagnose, die für viele, naja. Aber wir sollten es ernst nehmen, weil bei Kindern und Jugendlichen die Entwicklung natürlich schwer verzögert werden kann, über Unkonzentriertheit und Leistungsabfall. Über die Kairos-Methode gibt es eine gute Möglichkeit, Kopfschmerzen und Migräne bei Kindern und Jugendlichen und natürlich auch bei anderen zu therapieren. Informieren Sie sich. Unsere Praxis ist jederzeit für Sie bereit. Und denken Sie dran, es geht um die Zukunft Ihrer Kinder und Kinder. HDO. Untertitelung des ZDF, 2020